Moin Leute, was soll ich sagen, ich mag nicht mehr so richtig weitermachen. Ich weiß, das klingt jetzt echt komisch, da mein YouTube-Kanal ja eigentlich ziemlich erfolgreich ist, wir politisch wie auch im Verbraucherschutz echt eine Menge erreicht haben. Es hat sich eine mega geile Community gebildet, aktuell sogar ein kleines Rechercheteam aus engagierten Wissenschaftlern und eigentlich kann man sich hier wirklich nicht viel mehr wünschen, was ich tatsächlich auch gar nicht tue. Aber warum bin ich hier so hart am struggeln? Bevor ich euch die Story erzähle, ist vielleicht wichtig zu wissen, dass ich neben YouTube eigentlich Vollzeitwissenschaftler bin und stolzer Vater von zwei kleinen Kerlchen. Ich versuche euch heute zu erklären, was eigentlich alles passiert ist und ich fange mal mit einem Ereignis an, bei welchem ich die ganze Kiste hier zum ersten Mal wirklich extrem in Frage gestellt habe. Ich persönlich finde das Thema Klimawandel total spannend und mache eigentlich auch gerne Videos zu dem Thema, besonders weil sich hier so wahnsinnig extreme Lager auf beiden Seiten entwickelt haben und ich es eigentlich total wichtig finde, hier wissenschaftlich neutrale Informationen zu bekommen. Tja, aber wirklich nach jedem Video zu dem Thema bekomme ich ziemlich übele und düstere Drohungen und vielleicht ist es hier und heute mal sinnvoll zu erzählen, was das eigentlich anrichtet und wie stark sich das teilweise in den Alltag einbrennt oder auch vielleicht einschleicht. Und ich möchte euch mal irgendwie ein Beispiel wirklich aus meinem Privatleben erzählen, wo mir das zum ersten Mal so bewusst geworden ist. Ja, gegen Morgen trinke ich meistens einen Kaffee mit meiner Frau und dann starten wir halt in den Tag. Also sowas so typisch bei uns. Und letztes Jahr schaute meine Frau irgendwie so ständig aus dem Küchenfenster so auf die Straße hinaus und also wirklich auffällig oft und das nervte mich so ein bisschen beim Gespräch, weil irgendwie hat sie immer rausgeguckt. Aber ich fragte sie dann irgendwann, was das eigentlich soll, also was ist denn los mit dir? Ja, mit der Antwort von ihr habe ich nicht so gerechnet, denn sie sagte halt, irgendwie fahren hier heute so viele Autos lang. Man muss dazu wissen, wir wohnen halt in einer Sackgasse, das heißt typischerweise fahren hier eher wenig Autos lang. Und dann sagte sie halt, ich habe halt Angst, dass irgendwelche Spinner uns etwas wegen deiner Videos antun wollen und vielleicht schauen die, ob wir hier auch wirklich wohnen oder so und planen irgendwas. Und ja, letztlich lag es eigentlich jetzt nicht daran, sondern es lag nur daran, dass eine Nebenstraße gesperrt war und dass dann irgendwie viele Leute sich dann an dem Tag tatsächlich da einfach verfahren haben. Also es hatte einen harmlosen Grund. Aber ich fand es persönlich total krass, dass dieser Mist so tief in meine Familie eingreift und meine Frau sogar ernsthaft irgendwie Angst hatte. Und die ist jetzt eigentlich jetzt nicht irgendwie so eine paranoide Person oder so. Das hat mich wirklich echt überrascht an dem Tag. Und das fand ich halt sehr krass. Also wie gesagt, ich glaube, es ist eine Sache, wenn es mich irgendwie betrifft. Das andere ist es aber, wenn es dann wirklich in die Familie reingeht. Und da hört der Spaß für mich wirklich komplett auf. Und ja, seitdem versuche ich halt irgendwie unser Haus hier irgendwie sicherer zu machen. Habe irgendwelche Schlösser, Panzerriegel und so weiter angebracht. Und ich weiß, es ist total absurd. Ja, und noch absurder ist eigentlich der Punkt, dass es bei mir noch gut läuft. Also bei mir ist es wenig. Ich kriege eigentlich wenig Drohungen und die meisten Kommentare, also wirklich deutlich über 99 Prozent der Kommentare sind super nett und konstruktiv. Ich habe auch viel gelernt und so. Dennoch möchte ich als Vater nicht, dass meine Familie auch nur der geringsten Gefahr ausgesetzt wird oder auch Angst irgendwie. Und ich möchte dazu sagen, wenn sowas kommt, dann sind es in der Regel Menschen, die sich selber mit irgendwelchen Hakenkreuzen im Hintergrund oder ähnlichen abbilden oder mehr selbst auch als Querdenker titulieren. Also das sind zumindest die, die sich bei mir melden. Das kann ich jetzt einfach mal so sagen. Das ist das, was passiert ist. Meistens, weil sie irgendwie der Meinung sind, ich wäre irgendwie manipuliert oder sonst was. Also das ist sehr schräg stellenweise. Einer hat mir mal vorgeworfen, ich wäre von der Ölindustrie bezahlt, wo ich mir dann echt gedacht habe, ne, ich glaube, da bist du echt auf dem Holzweg. Und teilweise hat das sicherlich auch schon irgendwie pathologischen Charakter, denke ich. Es gibt aber auch noch andere Gründe. Also das ist jetzt nur so, wie gesagt, das erste Mal gewesen, wo ich mir gesagt habe, so, ja, nicht so geil. Also halt einfach, weil es meine Familie betrifft. Es gibt aber noch andere Gründe für mich persönlich, die dagegen sprechen, diesen Kanal weiter zu betreiben. Und auch das klingt jetzt paradox, aber es sind auch positive Gründe. Ja, meine letzten ein bis zwei Jahre waren halt echt ziemlich krass. Ja, wir haben eine der größten Bundestagspetitionen organisiert und sind seitdem im Kampf für die Vereinfachung von Balkonsolaranlagen, engagieren uns da mega. Ehrenamtlich arbeiten wir auch dem BMWK zu. Zum Beispiel haben wir irgendwie hunderte von Vorschlägen von euch zum Solarpaket 2 ausgewertet und die weitergeleitet. Und Staatssekretär Giegold hat uns sogar persönlich geantwortet und uns sind auch alle eingegangen. Ja, der Mikrowechselrichterskandal mit anderen YouTubern wie Holger Laudelei und so weiter, den haben wir aufgedeckt. Also es war jetzt so eine Sicherheitsgeschichte irgendwie, wo dann irgendwie gefälschte Zertifikate waren und so. Es war jetzt auch krass. Daraufhin haben wir dann eine kostenlose Testdatenbank auf akkudoktor.net ins Leben gerufen, die auch bald auf testberichte.de verfügbar sein könnte. Zumindest reden wir gerade darüber. Ja, vielleicht kennen auch von euch einen Christian Scharuh. Mit dem habe ich mich tatsächlich bei Funk beworben für ein neues Format. Und wir wurden auch nach Mainz eingeladen. Also wir hatten relativ viel hin und her mit denen. Und das war eigentlich auch erstmal alles sehr positiv. Nach der Einladung war es aber tatsächlich so, dass wir dann ja irgendwie auch ein bisschen Fehlinformationen bekommen haben oder die Kommunikation, sag ich mal, sehr dürftig war. Es sind noch ein paar andere blöde Sachen passiert. Ja, und zwar am Ende totale Zeitverschwendung. Hat also nicht geklappt. Hat aber mich sehr viel Zeit gekostet auch teilweise. Und ich muss auch zugeben, nachdem wir da waren, dass ich auch persönlich doch recht große Probleme mit der Arbeitsweise von denen habe und mir eigentlich nicht mehr vorstellen kann, überhaupt für den Laden tätig zu werden. Also für mich käme das nicht mehr so in Frage. Zumindest, wie gesagt, das, was ich jetzt erlebt habe, aber das ist wahrscheinlich auch nur ein kleiner Teil. Ich möchte es nicht übertreiben. Ja, mit vier weiteren Leuten schreibe ich gerade auch ein kostenloses Balkonkraftwerkebuch. Also es wird wirklich gratis sein und wir veröffentlichen das jetzt sehr bald. Also dann könnt ihr das euch einfach runterladen und dann hoffe ich, dass es euch hilft. Ich habe auch noch bei einem anderen Buch mitgeschrieben und dann auch festgestellt, dass ich, weiß Gott, kein guter Autor bin und werde das in Zukunft lassen. Aber egal, es war eine interessante Erfahrung. Ich habe mich zunehmend mit Wissenschaftskommunikation beschäftigt. War zum Beispiel zweimal bei MyFinkX Backstage dabei und einmal auch ein bisschen sogar bei der Recherche geholfen, also so ein bisschen zugearbeitet. Und das hat mir, das hat sogar relativ viel in mir ausgelöst, weil ich es total spannend fand. Ich erkläre euch aber gleich nochmal mehr dazu. Und wir haben kostenlose Software entwickelt, also unser kostenloses PV-Tool mit vielen Helfern war es auch, aber einen Großteil habe ich natürlich getragen an Arbeit. Unser kostenloses Akku-KI-Tool Lilly, das wird halt immer noch super gerne genutzt. Und aktuell entwickle ich halt noch ehrenamtlich ein Energieoptimierungssystem, was, glaube ich, auch echt viele nutzen können oder was für viele echt praktisch wäre. Bei uns steuert das Haus jetzt bereits kostenoptimal und das ist auch als Open Source geplant. Ich muss aber zugeben, dass ich jetzt aktuell nicht weiß, ob ich mir die Veröffentlichung als Open Source noch antun werde. Ja, ansonsten habe ich natürlich auch unser kostenloses und werbefreies DIY-Forum mit 30.000 Benutzern geleitet. Und das bedeutet, geleitet bedeutet, die um die Finanzierung gekümmert und mit ätzenden Shop-Besitzern rumgestritten, die sagen, da werde ich rechtliche Stritte einleiten, weil irgendein User irgendwas geschrieben hat, was mir nicht gepasst hat. Ja, also es ist halt irgendwie, es war eigentlich nur scheiße. Was ich damit sagen will, das war eine krasse Zeit und insgesamt sehr positiv. Also wir haben wirklich auch viel erreicht und ich will das jetzt hier nicht zu schlecht reden. Das war auch sehr, sehr erfüllend für mich persönlich. Das hat aber leider einen Mega-Haken, denn ich habe ja noch einen 100-Prozent-Job als Wissenschaftler und ich habe zwei kleine Kids und die sind wirklich noch klein und die brauchen einen Papa. Ja, mich fragen immer viele Leute, wie schaffst du das eigentlich? Und ich glaube, da wird immer irgendwie ein tolles Geheimnis oder irgendein super geiler Tipp oder sowas, irgendwas Motivierendes erwartet. Aber meine banale Antwort ist, ich habe einfach keine Sozialkontakte mehr, wenig Schlaf und meine Familie muss mega viel auffangen. Das ist mein Geheimnis. Ja, ehrlicherweise nichts, worauf man stolz sein sollte und worauf ich stolz sein sollte. Ja, im Gegenteil. Eigentlich ist das, was ich hier tue, sehr, sehr egoistisch in meinen Augen, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich zu mir selber bin. Ja, wir waren in der Zwischenzeit auch mal drei Wochen in Urlaub und das war total wichtig, weil ich hatte in der Zeit viel Zeit mit meiner Familie und wie ihr seht, konnte ich sogar noch mal ein bisschen kiten gehen und war eigentlich echt ziemlich glücklich wieder. Tja, leider sind drei Wochen auch schnell vorbei und klar, einen schönen Urlaub zu beenden ist immer mit einer kleinen Träne verbunden. Aber dieses Mal war es echt extrem, denn ich hatte wirklich Angst, nach Hause zu fahren. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich wollte einfach nicht mehr zurück in dieses fürchterliche Leben. Das war wirklich ein einziger Horror. Sowas Krasses hatte ich jetzt tatsächlich auch selten erlebt, also zumindest nach einem Urlaub. und es hat sich irgendwie auch so angefühlt, als müsste ich jetzt wieder meine Kids und meine Frau loslassen, weil ich halt irgendwie gar keine Zeit mehr habe und das fand ich halt schon ein bisschen crazy. Und so paradox, das klingen mag, das war gut, denn durch den Abstand, also einfach diese Zeit mal, wo ich gemerkt habe, wieder was mir eigentlich wirklich wichtig ist im Leben, konnte ich zum ersten Mal quasi ohne meinen Tunnel sehen, was ich da eigentlich für einen Wahnsinn abziehe und wie sehr ich mich und vor allem meine Familie damit belaste. Und danach war halt eigentlich ziemlich klar, dass es so nicht mehr weitergeht. Da muss ich etwas ändern und ich muss jetzt auch Verantwortung übernehmen und zwar sofort. Und das heißt irgendwie, ich kann das so nicht mehr weitermachen. Eine Sache ist das, was mit mir ist, das andere ist das, was mit meiner Familie ist. Und ich habe direkt mit meinem Chef gesprochen, also bei meinem Vollzeitjob als Wissenschaftler und erzählt, dass ich halt echt Hilfe brauche und die waren wirklich, wirklich nett und mega verständnisvoll. Das ist echt toll. Und letztlich konnte ich dann meine Arbeitszeit dort auf 20 und sogar eine Zeit lang auf 0% reduzieren, selbstverständlich unbezahlt. Also ich war dann in der Zeit Vollzeit-YouTuber und konnte dann einige Dinge mal zu Ende bringen, wie die Bücher oder auch das Energieoptimierungssystem und so konnte ich mal richtig dran arbeiten. Das war natürlich sehr praktisch. So, das war jetzt März bis April 2024 und mein Gehalt in der Zeit habe ich natürlich dann durch den Kanal finanziert und die geringere Arbeitsbelastung war aber wirklich super, denn alles normalisierte sich wieder jetzt in der Zeit und ich fand es echt ziemlich entspannt und ja sogar entspannt, nur Influencer zu sein. Es ist nicht böse oder abfällig gemeint, sondern es war einfach schön nur noch einen Job zu haben und ich fand ihn auch erfüllend und es hat Spaß gemacht. Ja und dann kam der April 2024, die Arbeit als Wissenschaftler sollte halt wieder losgehen und ja mit meinen Chefs einigte ich mich dann darauf, dass wir einen langsamen Wiedereinstieg machen und aktuell bin ich jetzt bei 40% Arbeitszeit, aber dennoch die ganze Doppelbelastung geht jetzt wieder los und ich stehe jetzt eigentlich wieder da, wo ich am Anfang auch stand, vor einer Zeit mit wenig Familie, Freunden und einfach auch wenig Zeit. Also der ganze Mist brach quasi wieder über mich ein. Es war wirklich echt so, als würde das alles wieder wiederkommen und ich würde jetzt wieder offenen Auges wieder in dieselbe Scheiße reinlaufen. Das war eigentlich schon ziemlich krass und ich weiß, ich bin das alles selber schuld. Ich will jetzt hier auch nicht rumjammern, aber ich erzähle es euch einfach nur. Tja und dann kamen noch ein paar blöde Kommentare unter irgendeinem Video dazu und das Fass läuft dann einfach über und welche Kommentare das jetzt waren oder so, das ist jetzt tatsächlich völlig beliebig. Es hätte praktisch alles sein können. Das ist auch nicht das Problem, sondern einfach, dass der Zustand scheiße war. Ja, wie dem auch sei, so kam es auf jeden Fall zu diesem Post, dass ich dann einfach aus der Verzweiflung echt geschrieben habe, ich will nicht mehr. Es war 100% emotional und es war auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, um mich selber da einzulocken. Also einfach zu sagen, so jetzt mach, jetzt ändere endlich mal was. Ich wollte einfach eine Änderung in dem Moment und das war mir echt wichtig. Ja, und jetzt stehe ich wieder hier und bin mir eigentlich immer noch nicht 100% sicher. Und jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum entscheidest du dich denn nicht einfach? Und die Antwort ist, weil es echt schwer ist. Ich erklär euch warum. Die eine Möglichkeit wäre ja, dass ich Vollzeit-YouTuber werde und damit würde ich dann das finanzielle Wohlergehen meiner gesamten Familie von extrem schwankenden YouTube-Einnahmen und euren Spenden abhängig machen, auch für die ich mega dankbar bin. Aber die schwanken sehr krass. Ich zeige euch das auch bald nochmal im nächsten Video, wie das halt aussieht, damit ihr das auch noch nachvollziehen könnt. Was noch schwieriger ist, ist aber, wenn ich mir ein Team aufbauen möchte, dann ist das Ganze noch komplizierter, also mit der Finanzierung einfach. Und das ist mit dem Konzept, was ich aktuell fahre, einfach nicht bezahlbar. Denn ein YouTube-Kanal in der Größe ist ein Unternehmen, das man leitet. Das verstehen viele Leute immer falsch. Es gibt sicherlich so Hobby-Kanäle, aber es gibt auch irgendwann so einen Punkt, wo man so wirklich dann auf einmal professioneller wird und dann Leute hat und so und dann ist es eher eine kleine Firma, die jemanden leitet. Das hat immer noch einen total süßen Hobby-Charakter und so, aber ein bisschen ändert sich das schon. Es müssen halt Leute beschäftigt und bezahlt werden. Ich habe eine Buchhaltung, nervtötende Jahresabschlüsse, unendlich viel Bürokratie, Steuern und den ganzen Scheiß. Und die ganzen kostenlosen Dienste, die wir da anbieten, die ich ja auch oft in meiner Freizeit entwickle, ja auch das kostet mich Geld, weil für viele Dinge muss ich erstens Lizenzen beantragen oder bezahlen und für die Entwicklung muss ich mir oft unbezahlten Urlaub nehmen. Das heißt, ich kriege in der Zeit einfach gar kein Geld. Also ich habe dann einen Ausfall und den kompensiere ich natürlich dann mit dem YouTube-Gehalt irgendwie. Also ich versuche das dann zu kompensieren, damit wir der Ziele keine Probleme bekommen. Das kann es ja auch nicht sein. Aber Hauptgrund für das alles halt, also für diese finanziellen Probleme, ist natürlich meine extreme Ablehnung von zusätzlicher Werbung beziehungsweise bezahlten Tests und so weiter. Also im Prinzip alles, was meine Inhalte irgendwie beeinflussen könnte, möchte ich natürlich nicht machen. Ich glaube aber auch mittlerweile, dass ich an einigen Stellen sind meine Ansichten vielleicht auch übertrieben oder auch zu stark. Das heißt, ich mache es mir vielleicht hier auch schwerer, als es eigentlich sein müsste. Denn letztlich treibe ich mich hier selbst aktuell einfach in eine Situation, die ich nicht mehr bewältigen kann. Ja, die andere Möglichkeit ist dann aufhören mit YouTube und wieder Vollzeitwissenschaftler sein. Das ist sicherlich nicht so erfüllend wie die ganze Arbeit rund um den Kanal und wird gesellschaftlich nicht annähernd so viel bewirken, wie ich das jetzt momentan hier machen kann. Aber dafür ein gutes und sicheres Einkommen, tolle Arbeitsbedingungen, es ist familienfreundlich. Ich habe super Kollegen, wie ihr eben gehört habt. Also allein schon, was die Chefs mir da alles ermöglichen, das fand ich wirklich toll. Ich darf mit mega krassen Maschinen arbeiten, mit Supercomputern, sogar ein bisschen Quantencomputer sind langsam dabei. Oder zumindest reden wir mal drüber und es wird Thema. Einfach mit dem absolut geilsten Hightech-Scheiß überhaupt. Das ist einfach saugeil. Also es gibt echt Schlimmeres, oder, als so einen Job. Ich finde wirklich, bin auch sehr stolz darauf, muss ich ehrlich sagen. Ja, und jetzt mal ehrlich, was würdet ihr tun? Ich würde sogar sagen, es ist fast eine klare Sache, oder? Es gibt eigentlich fast keinen logischen Grund mehr, mit YouTube weiterzumachen, wenn man ehrlich ist. Bis auf eine Sache und die war tatsächlich heftig, die war mir auch vorher nicht so bewusst. Ja, wir sind aktuell vier Leute, die wirklich fest am Kanal arbeiten und allesamt haben wirklich Bock und machen das aus tiefster Überzeugung und sicherlich absolut unterbezahlt. Das kann ich hier auch ehrlich sagen. Als ich meinem Team dann mitgeteilt habe, also wir haben uns dann ja getroffen online und ich habe denen dann halt mitgeteilt, wie es aussieht und dass ich halt einfach jetzt gerade nicht mehr will, weil sind mir echt fast die Tränen gekommen. Und ich glaube, den anderen ging es ähnlich. Ich hatte da auch den Eindruck, dass die auch ganz schön traurig darüber waren. Aber auch das war eine recht wertvolle Erfahrung für mich, weil mir klar geworden ist, hey, du bist nicht mehr alleine und du enttäuscht jetzt hier gerade echt ganz tolle Menschen, die natürlich auch sofort Verständnis für meine Situation hatten, also da gab es gar keinen Druck oder so, aber halt auch traurig waren. Aber auch die Information, ich bin nicht mehr alleine, also ich habe Leute, die mir helfen und das, ich glaube, das muss auch noch irgendwie bei mir ankommen, weil ich halt immer so eine One-Man-Show war, und da irgendwie rauszukommen, ist gar nicht so leicht, also auch einfach gedanklich. Ich musste dann auch an den Backstage-Besuch bei MyFinkX denken und wie toll ich das mit ihrem Team fand und einfach das krass fand, wie die alle so zusammenarbeiten, wie viele Leute das waren. Das fand ich schon irgendwie echt toll und inspirierend. Und das hat mich auch noch mal total traurig gemacht, das jetzt loszulassen und das eigentlich nicht mal wirklich zu probieren. Und ich schämte mich dafür, dass ich dem jungen Team, das ich da jetzt habe, nicht mal eine Chance gebe. Ja, an den darauffolgenden Tagen, also als ich das dann bekannt gegeben habe, haben dann die drei aus meinem Team und Christian Scharun und auch Professor Hundhausen jede Menge konstruktive Vorschläge gemacht. Auch mit meiner Frau habe ich wahnsinnig viel geredet und auch sie war nicht wirklich sicher, was der beste Weg ist. War aber auch erstaunlich betroffen darüber, dass, ja, bei dem Gedanken mit dem Kanal dann aufzuhören, sie arbeitet ja auch ein bisschen mit. Und auf der anderen Seite aber auch glücklich, dass ich aufhöre. Also es war so ein bisschen schwierig. Ich glaube, ja, mir geht es auch so ein bisschen so. Also es sind so echt Zwiegespalten gerade. Tja, und hier stehe ich jetzt und ich weiß auch nicht so recht weiter. Und ganz ehrlich, eigentlich ist das auch ein totales Luxusproblem, ja. Denn egal, was ich jetzt tue, ich fall mega weich, ja. Also mein Gott, dann wollen wir es auch nicht übertreiben. Deswegen will ich auch gar nicht jammern. Das wäre völlig vermessen. Das möchte ich auch gar nicht tun hiermit. Dennoch fällt mir die Entscheidung einfach persönlich sehr schwer. Und ich wollte euch die Hintergründe mitteilen, denn das habt ihr, also ihr, die Community, ich finde euch echt ziemlich cool. Das habt ihr einfach verdient, finde ich. Also wie gesagt, da ist von euch so viel gekommen irgendwie. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nächste Woche wird es dann ein Video geben und dann werde ich euch sagen, wie es weitergeht. Nicht wundern, denn zwischen diesem Video hier und nächster Woche liegen ein paar Wochen. Denn es ist ja eine Aufzeichnung, ja. Zeitlich für euch ist es aber nur eine. Aber es sind dazwischen mehrere Wochen vergangen. Nur, dass ihr das wisst und dass da keine Verwirrung entsteht. Okay. Okay, dann sage ich bis zur nächsten Woche und ja, ich weiß es halt tatsächlich auch noch nicht genau. Schau mal, wie es weitergeht. Macht's gut, bis dahin.